Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal RobinsFinanzWild. Heute habe ich mal wieder seit langem ein NIO-Update für euch dabei. Ich möchte kurz und knapp auf die aktuellsten Infos eingehen, was hier gerade so rund um NIO passiert ist. Und dann schauen wir uns natürlich auch wieder den Jahreschart zusammen an. Und wenn euch mal wieder mein Kanal gefällt, dann lasst doch jetzt gerne schon mal ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Und natürlich, um mich kostenlos zu unterstützen. Würde mich mega freuen. Und jetzt starten wir hier auch direkt und zwar mit den aktuellsten Aktien-News bzw. Unternehmens-News zu NIO. Was ist hier passiert und was ist hier aktuell wichtig? Man hat es ja schon mal damals gehört. Ich habe das ganz früher mal in einem Update gebracht. Sie sind ja hier dabei, Batteriewechselstationen aufzubauen. Und das Ganze soll jetzt gerade hier in Norwegen weitergehen. Und zwar geht es jetzt hier um die ersten Batteriewechselstationen in Norwegen. Und sie sollen jetzt hier eben bereits den Bau dieser ersten Station schon fast zum Abschluss bringen. Das ist hier in Oslo steht das Ganze. Sie haben den Bau jetzt eben abgeschlossen oder schließen ihn gerade ab. Und es soll auch bald eröffnet werden. Was ist hier geschehen? NIO plant eben hier die ersten vier Batteriewechselstationen der zweiten Generation in Norwegen noch in diesem Jahr zu eröffnen. Also es soll dieses Jahr noch passieren und man begann hier im Juli mit der Auslieferung von Elektrofahrzeugen nach Norwegen. Also alles jetzt so dicht auf dicht und will sich hier einfach in ganz Europa etablieren. Und sie haben ja wirklich tolle Fahrzeuge, muss man sagen. NIO ist ja hier im Luxussegment eher unterwegs. Gefällt mir sehr, sehr gut und schaut auch optisch sehr edel aus, muss ich sagen. Mir gefallen sie. Kann ja jeder gerne mal eingeben, was es aktuell für NIO-Modelle gibt. Wie gesagt, mir sagen sie wirklich zu. Und warum ist es wichtig? NIO sagte letzten Wochenende, dass es bis Ende 2022 Power Swap Stations in Norwegen eben haben will. Und NIO hat eben den Elektrosportwagen ES8, den wirklich anschauen, schaut richtig top aus, auf den Markt gebracht und ein NIO-Haus in Oslo auch eröffnet. Man hat außerdem einen Batterie-SR-Service eingeführt, der mit einer 100-Kilowatt-Batterie-Option eben beginnt. Und somit ist das hier auf jeden Fall so eine Riesen-News. Wenn das Ganze klappt mit dieser Batterie-Wechselstation, dann ist das auch mega, weil man natürlich hier sofort, oder je nachdem wie lange der Wechsel dauert, Ich glaube, da muss natürlich dann geschaut werden, wie lange dauert so ein Wechsel der Batterie, wie geht das genau vonstatten, ja, wie teuer ist das Ganze, wie ist das mit Personal vor Ort, wann hat das Ganze geöffnet. Das muss ja auch betrieben werden, das muss sich rechnen. Das ist wieder so zahntechnisch, was man aufpassen muss vielleicht bei NIO, wie oft wird es genutzt. Also das sind alles Daten, die damit reinfließen, für mich persönlich, was wichtig ist. Aber sie haben ja mal den Start geschaffen und so, dass das zu Anfang nächsten Jahres auf jeden Fall hier beginnen kann. Und sie wollen hier den europäischen Markt auf jeden Fall erobern. Ich bin weiterhin mega überzeugt von NIO und sie sind auf jeden Fall hier ein Konkurrent zum heimlichen, ja, zu BYD. Auch eine meiner Lieblingsaktien, wie ihr wisst. Aber wie gesagt, auch NIO gehört hier ganz, ganz klar dazu. Und auch heute sieht es wieder sehr erfreulich aus, ein Plus von 3% circa. Wir stehen bei 35,48 Euro und wir haben es geschafft, hier die 50-Tage-Linie deutlich zu überwinden und kratzen jetzt an einem sehr, sehr harten Widerstand hier. Knapp über 35 Euro an der 200-Tage-Linie. Sollte diese überwunden werden, dann kann es nochmal weiter aufwärts gehen. Und nochmal bis zu den nächsten Widerständen. Das Allzeithoch liegt hier bei 52,80 Euro. Und auf Jahressicht hat man hier im Mai ja einen Tiefstpunkt bei 25,90 Euro. Man konnte sich hier wieder schön nach oben arbeiten. Und ich traue NIO für die Zukunft sehr, sehr viel zu. Schreibt mir gerne unten die Kommentare, ob ihr NIO selber im Depot habt, was ihr hier von der Zukunft glaubt. Wie gesagt, ich glaube, sie sind auf jeden Fall ein sehr, sehr starker Konkurrent und könnten sich hier mit ihrer Technologie etablieren. Ich bin gespannt und ich würde sagen, man muss einfach mal die nächsten Jahre abwarten. Ich werde euch aber natürlich hier mit an der Hand führen und immer Live-News geben. Ja, und dann schreibt mir natürlich auch unten gerne die Kommentare, welche Aktien interessieren euch. Ihr seid, wie gesagt, fleißig dabei und macht gern weiter so. Freut mich immer mega über jedes Kommentar. Und ich nehme natürlich alle von euch gerne auf. Und das war es jetzt eigentlich soweit wieder von meiner Seite. Und wenn euch mein Video, mein Kanal jetzt gefallen hat, dann lasst doch an dieser Stelle ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen und natürlich, um mich kostenlos zu unterstützen. Würde mich mega freuen. Das war es von meiner Seite. Ich wünsche allen einen schönen Tag. Ich freue mich aufs nächste Video und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.